Hallo Willkommen Leute beim Wettoroyale Shop am 22.03.2020 Kurze Information für die die Rette die Welt spielen und sich auch dieses Video angucken In Rette die Welt gibt es im Moment noch heute eher gesagt keine V-Bucks Mission Dafür aber diesen wunderbaren Shop Das Shlurf Legenden Paket, ich weiß leider nicht wie lange das drin ist Wird wahrscheinlich ein zwei Wochen drin sein Gehe ich von aus in der Zeit Könnte euch gönnen ist auf jeden Fall empfehlenswert Wir retten die Welt haben die diese Köpfe hier nicht diese Glibberköpfe nur dieses Aussehen hier Jonesy Ich weiß nicht wie die heißt und der Leviathan Sonst ist alles gleich Okay wir fangen jetzt mal an Ich sag jetzt auch dann XP dazu und stell die einfach nur alle vor Ich weiß nicht, dass wir sie nicht aussehen können Hm, hier hat man die Käse verändert. Die Käse verändert hat man die Käse verändert. Vielen Dank.